Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs Zombies Garten-Woche 2. So, gucken wir mal schnell noch einen Auftrag. Erledigt 50 Zombies mit einem beliebten Zitrone. Mal das dritte Genere. So, heute werden wir Gartenzwerg-Bombe machen. So, los geht's. Wohooo, schauen wir mal. Beim Team Sieg war es ja frascharf. Schnapper sind für kurze Zeit hilflos, wenn die ein Opfer verschlungen haben. Versuche Zombies anzugreifen. Okay. Schauen wir mal. Wir machen's heute mal wieder mit meinen Electroblemen. Oh, ich hab's lange nicht mehr gemacht. Oh cool, Sieg! will keiner wissen was du willst. schnauze gerade im spiel kommen wir schon gesiegt wenn du dann ja an diese prinzessin ja ich habe was dagegen die leute der intimespeak annehmen so ein oder zwei runden damit und dann 500.000 brauche ich bin schnell zusammen noch zwölf sternen dann kann ich mal den schlüssel für die zwerge holen dann muss ich gucken wie es weiter geht dann die dann das die luna lande basis in jeden modus hasse ich so okay aua blume ja warte auf spieler so und beginnt in neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei hohe one let's go also ich will nur gerade zu ökisch habe da schon team sieg oder so den garten zwerg es ist mir egal ich muss ihn heilen was simon hat mich fertig gemacht die alter simon das ist aber nicht schön von dir na jetzt ist er da was gut ich werde ich halte ich wow setzen da ab so wer schießt denn du eigentlich schon dauernd also mit nur der sonne blunder ist schon voll die gute vorlage nein komm 6 5 4 als noch durch halte als halte mt ja er weiß aber schon das behält ding ist wo 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 metro dass ich umzingelt bin in mein gesicht okay gattenswert power ja ob ich auch drei runde schafft oder ob es auch nur zwei runde passiert ja ja wir sind ich bin unterwegs und einer von uns wir sind unterwegs team ist da team ist da keine sorge und ihm da ist passiert euch nicht sagte er und dann kam zu spät der schlägt mir jedes mal voll ins gesicht er tut ich lebe auf mich zu wieder zu beleben hinter dir ist ein depp das ist so ein teufelskreis helpt mir hallo dankeschön du bist noch der gute tokyo jungle war denk ich hab dich nicht sehe was aber ich habe nicht erwartet dass du mich mit einem lieb umbringst also der wohl immer nur ein schuss hat aber der schuss trifft wo 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 so nett so nett so nett freunde so haben wir aber nicht gerechnet hier gott sei dank entschärft ich will jemand ich will dich heiler was ist jetzt werden es war der ich habe schon gewöhnt wer hat mich jetzt mit einer chance helpt mir jua du schaffst es thank you wo bin ich bin da bin da bin da bin da oh 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 fuck au 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 auf mich abzuschliessen ah tot durch flamme na pod ne na ne meine Probleme ne wofney habe mich jetzt für vaja hoch Flo Der hat da nicht Ball, der hat da nicht lang Bisch haben! Waaaaaah! Fuck! Au! 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 Geh weg! Geh weg! Dann noch die Haltbote da hinten weg! Oh scheiße, da stand einer! Habe ich nicht gesehen! Ich bin da so ein Dödel! Ah, super! Ich habe es nicht gesehen! Nicht so weit er geht, geht es halt nur zwei Runde her! Zwei Runde Minimum! Zwei Runde Minimum! Wenn die Zeit hinhaut, vielleicht drei! Aber ansonsten nur zwei! Wenn es weiter geht, nämlich man gibt Schutti! Nein, 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 nein! Her, uff mit diesem Käsen-Rendorei! Na... 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 Na, da ist doch mal da wo ein paar Doppel an sie hier setzen! Oh! Oh! Nicht auf das Pflanze! Machen wir eben Schutti hier rein! So! Da machen wir auch noch was hier! Äh... Da machen wir dieses Ritzel-Ditzel-Ding hier! Gut! So! Der Garten wird verteidigt! Wie blöd hier! Au! Mensch! Auf mich zu schießen, junger Mann! Na, das muss ich doch runter! So! Team ist da! Team ist da! Team ist da! Team ist da! Ich weiß nicht, wenn ich von euch heile, aber ich heile jemanden! Ich weiß nicht, da bin ich ein Zwerg! Hey! Das zwischen ihm und mir war privat! Du Dödel! Nehmen wir mal einen Gift-Schutti! Boing! Niiiihihi! Servier einen Garten-Zwerg-Bombe! Wo? 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 wissen ob das für mich gilt aber wo ist denn der tägliche zwerg fuck ne wo 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 kleiner mann kleiner mann stirbt stirbt attack also muss sterben wo muss ich hier hinten hier help me hallo fuck aber wenigstens habe ich ein ammo gekillt wer hat denn jetzt einer von uns nein zombies haben ihn wo 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 er kommt ja aber nicht durch sagt es schmachtisch fertig fertig alter wo steuer du willst oder nicht ich muss meine pflanzenleute helfen ohne mich sind sie total aufgeschmissen jawoll rache aus dem grabe her okay mädels das schaffen wir nicht die zombies ist was ist passiert au 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 tot okay 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 wo ist er wo ist er schon drin gut ich bin unterwegs mädels das schaffen wir mit die erste nach dann sind das eigentlich wenn wir win aproxim Meeresbiologe futzig du. Zieh mich da an, ich bin ein Meeresbiologe. Ich weiß, dass du da bist. Wo ist denn der? Ach, der ist schon weg. Wo ist die Schlampe? Clodet, ich bin unterwegs, wo laufst du hin? Ich weiß nicht, wer da alles auf mich schießt, aber irgend so ein Dödel schießt auf mich. Ach so, das war das. Ich dachte, wer schießt denn da oben auf mich? Komm, komm, noch drei, noch zwei, eins, ja, ja. Nein, 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 nein. Ah, oh. Baah. Der 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 Der. Puh, drei zu eins. ja noch rund kriegt konnte ich hab drei dinger geschafft so wie sie trägt meister wiederbeleber meister heiler 270 vorlagen meister 90 ja ich bin zweiter dritter ich bin ein level auf bin jetzt ein drache 2 die getötete nur eins Ok. Gut. Was bin ich denn jetzt? Ich bin Nintendo. Ich bin Elektriker dann wenigstens. Weil der Elektriker kann Clash in Schaden machen. Ach Mist. Ähm, nochmal Respawn. Ähm, Aussehen, Fähigkeiten. Ich brauch den Turbo-Ding. Ok. Let's go. Kann ich wenigstens, äh, aus der Ferne snappern. So, erstmal alle stumm schalten. Dieser Max irgendwas wollte schon loslegen. Stirb. Au. Au. Die Schlampe. Mist. Ok, der ist doof. Der Pogto ist doof. Ok, dann nehmen wir meinen Liebling. Nehmen wir den Captain Kanone. Los, Captain Kanone. Heiu. Gartenzwerge respawn. Ok, meins. Ach, der ist doof. Auf. Au. 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 Neh. Keine Sorge, ich hab hier meine Kanone. Wenn ich click habe, überlebe es. Wenn ich Pech habe, sterbe ich. Ich sterbe. Ne, ich hab's geschafft. Uh. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Beschluss hab ich noch mit dem Ding. Gartenzwerge respawned. Na, ich mach mal so einer hier. Foto ist einer von uns. Oh, warte, wir dürfen immer mein Erzbein gewesen. Tötet doch die Pflanze. Gartenzwerg in. Entschärft ihn. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Freunde. Wieso macht mir nix? Wir schaffen's nicht. Wir schaffen's nicht. No. No. Boah, du stirbst jetzt. Egal wie, aber du stirbst. Das war's mal wert. Tod. Das ist heftig hier. Hey, ich hab'n Rollball. Okay, Ends Ends, du. Wieder alles offen hier. So, wo muss ich hin? Du in der Dauber. Gilber Dauber. Aho. Ach, die Wixer schlagen mich. Hä. 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 Au. 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 Schlump. Apoktol. Zie mich an, ich bin Apoktol. Und der schönste, der schönste hier. Schlump LHD. Das ist ne gescheit. Ach, das ist nicht gescheit. Das muss ich machen. So, der Angst Haas, den Pilz macht jetzt auch der Abgang. So. Oh, der steckt wieder. Ist dann das? Sagen wir, dass es auch so vorne ist. Wow! Was hab ich jetzt eigentlich getötet? Chilli-Bomb Heftig Also wir gönnen uns für gar nichts hier Komm, die Bombe darf nicht zu weit weg Okay, das ist eigentlich auch immer nur dieselbe Ich hab es ja noch nie an der Rüppflanz gesehen Hallo, was macht's Kattosch? Verteidigt die Bombe Zwölf Helm verteidigt sie Der Garten muss sterben In einem Kolosseum gehört keinen Garten Jawoll! Jawoll, liebe Freunde Jetzt haben wir einen weiteren Garten zerstört Was willst? Ach, jetzt mal mit dem Pömpel, Mann Bin unterwegs Ah, gut Au! Wo? Wo? Schlamm Fuck! Die haben die Bombe Wo stehst du denn da? Steh Ach, fuck! Ich weiß, wo du wohnst, Alter Ich weiß, wo dein Haus steht hier So, ich weiß, wo du bist, Sonnenblume Junge, wo rennst du eh? Ich weiß, wo du hin willst, aber hey Ich folge dir auf dem Fuße Ich folge dir auf dem Fuße Komm, renn doch da rein Okay Schön, dass du hin an mir bist Aber ich hab dich erwartet, dass du es bist Na, das will ich doch gar nicht Ich wollte es fast Ah Der Punkt C einzunehmen Ist ja furchtbar Hm Dann nehme ich es selber Wo muss ich hier? So wie? Oh, es tut mir leid, wenn der Hund jetzt wieder pelt Hallo? Oh, es tut mir voll leid jetzt Die ganze Zeit war Ruhe Lebt er noch? Ja, der lebt noch Dann musst du mal sterben Chilli Bomb Wo, 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 wo Mist, hab ich ihn nicht gepasst Okay Ah, es tut mir voll leid Neue Runde, neues Glück, hier war's. Was ist denn du? Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ich schaffe es nicht. Hab ich gesagt, dass ich Zitrone hasse? 5, 4! Zombies haben den Gartenzwerg. Pflanzen haben den Gartenzwerg. Was denn jetzt? Plants are zombie. Nein. Was ist denn hier kaputt? Ich merke X als Hundschwass. Oh. Oh. Wow! Das kannst du abschminken, das kannst du abschminken. Das kannst du abschminken da. Ah. Töte den! Töte den Bastard! Nein... Ich zeig dir mal, wie das mit der rissigen Bomber geht, junger Mann. Wenn ich dich find. Ich muss dich nur noch treffen, ich muss dich nur noch treffen, Schlamm. Moment, ich komm, ich bin da, ich bin da. Oh, wenn sie alle zusammen auf dem Endfleck hocken, ist es schwer. Oh Gott, wir sind doch kaputt. Ach Gott, wir hatten hier falsch. Ich glaube, ich habe auch den falschen Charakter jetzt. Junge, du musst auf der anderen Seite. Moment rein, da kommt ein Fettsack. Danke. Der Wichser hat die Bombe. Jawoll. Ja, fress mich. Lauf, du hast doch die Zwergebombe, du Dödel. Oh, guck, ich schlag erst noch drauf. Ja, ich habe die Zwergebombe, aber nein, ich lauf nicht. Wozu dann? Jetzt mache ich halb ein bisschen Camping hier. Okay. Ich treffe es von hier. Ich weiß nicht, ich treffe es. Ich treffe nichts. Können wir ihn mal töten? Danke. Können die niemand töten? Dankeschön. Tötet sie. Sie dürfen nicht unseren Grabschein zerstören. Sie haben jetzt so mit Mühe und Not hier hingestellt. Schlumpf. Also da ist dieser Typ nicht gut. Okay, Moment, Moment, Moment. Wie? Wir haben es geschafft. Sehr zu ernst. Ja! Hi. Wahoo! Tudu! Ah, ich bin wieder Belebungsmeister. Nee, ich war besser als Ihr. So, und wir sagen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.